ich muss mal kurz was schauen die waffe hat markiere ein gebiet mit einer trekkergranate der projektile pallen markierte feinde zwölf sekunden lang an okay das ist etwas reparaturbedürftig das heißt sogar eine meuterei also das lustige das lustige ist ja dass das ding ja auch familienjubel heißt ja die dinger klemmen so gut wie immer ich dachte die hätte ich erledigt durchdrehen die hydraulikleitung tut lächelt was ist das loading warum höre ich diese musik du süßer kleiner idiot was machst du denn hier habe ich dich nicht in einem kinderspielzeug installiert und weggeworfen klappe genevieve ich habe unterstützung dabei wir wollen das schlüsselwagmen ich weiß dass du es im sicherheitsbereich versteckt hast tut mir leid das ist schon fest versprochen Aurelia meint sie kauft mir ein schlachtschiff wenn ich es zurückbringe keine chance nicht wenn wir zuerst da sind wir schnappen uns das fragment ja klar komm ruhig rein was willst du tun mich zu tot navigieren nimm kurz auf deinen arsch ich sollte öfter das auch mal benutzen ich kann nicht mehr als navigieren kammerjäger geh durch das lazarett Mist jetzt habe ich schon wieder navigiert warte mal gegner auch was sehr man sollte nie mit einer frau schluss noch nicht in den scheiß zettel stopfen können oder man sollte sie wenigstens umbringen ruhig bleiben der tod ist eine natürliche sache aber deiner war aufregend ich schaue gerade die ganze zeit bloß auf die karte also hier bei der ist mein hündchen die halt sich gegenseitig fressen was zur hölle was für die drüge kämpft gegen meinen hund dämliche misstrau die werde ich nicht für dich öffnen ich bin zwar nur eine herzlose kampf kai aber sind verschlossene türen schwieriger zu navigieren ähm Rettungsbord. Hä, warte, was ist mit meinem Pfiffi? Was soll denn der Scheiß, der ist damit auch verreckt? Schön zu sehen, dass wieder Leben in dir steckt. Endlich ein Nabi-Teddy. Und? Du hast mir wohl etwas Beute besorgt? Nöööö. Wunder medizinisches Personal, Freigabe erforderlich. Und ob ich eine Freigabe habe, ich bin der Navigator. Wähler, Einheit, Baylex, als blöder Idiot, der es nicht bringt, klassifiziert. Ja, den Ausdruck kenne ich, das hat Genevieve gemacht. Ich glaube ich kann es umgehen. Kammerjäger, schlag dem Narren den Kopf ab. Lasst das Blut fließen. Fehler, Fehler. Sehr gut. Und jetzt installiere mich auf dem Bot. Ich bin drin. Haha, ich lebe. Ups. Okay. Kann ich den als Crewmitglied eigentlich mitnehmen? Oh, ist das toll, sich zu bewegen. Ich habe Arme. Und für was ist das hier? Navidiert ihr Luschen. Wir müssen zum Sicherheitsbereich, um das Schlüsselfragment zu finden. Baylex. Eine interessante Bezeichnung. Oh, ja, ja, ja. Das steht für binäre, automatisierte Logistik. Ähm, ja, okay. Der alte Jacobs konnte sich nicht zwischen Barry und Alex entscheiden. Also Baylex. Nicht die coolste Erklärung, ich weiß. Meine 512 Zeichenlange alphanumerische Bezeichnung hat keine Bedeutung, aber ich habe sie aus Zeitgründen zu Flack abgekürzt. Ist doch schon passiert. Noch einer mehr. Ist der zweite? Oh, da ist das eine irgendwie cooler. Noch mal. Hä? Geh mal weg. Was ist denn los? Ich blicke hier nicht mal durch, Alter. Es gibt hier zu viele Gegner. Zu viele Effekte. Hört jetzt auf. Noch mal. Kurz umschalten. Oh, jetzt muss ich mich nicht mehr konzentrieren, sonst kann ich mich einfach draufhalten. Oh, jetzt muss ich wieder zielen. Lalalalalala. Mal kurz nochmal umschalten. Trackergranate. So. Ah, ist irgendwie cool. Hey, weil der lebt noch. Bam. Und ich brenne irgendwie. Aber nur das so nebenbei. Können wir jetzt weiter? Komm Baylex. Mach mal auf, während ich das hier öffne. Hallo. Hallo, mach auf. Wir nähern uns dem Sicherheitsbereich. Er ist gleich hinter. Ach, Mist. Ich navigiere schon wieder. Weißt du was? Du findest ihn selbst. Hä? Ist das das Problem, weil du navigierst? Ich navigiere schon wieder. Verteilerkorridor. Okay. Aber hier werden wir wahrscheinlich dann Roboter auftauchen, oder? Töte Saurianer. Töte Saurianer. Ich bin nicht niedlich. Oh Mist, da kommen sie. Die Verwesung steht dir. Kommen die alle da? Was ist das schon? Ne, da hinten ist nur einer. Zieht mich zur Seite. Jetzt habe ich euch großartig Schaden zufügen. So. Sind denn hier einer? Ne. Hä? Was ist das jetzt? Hitwort. Hä? Hey! Bleib jetzt stehen! Kleiner Mistkerl. Ja, danke. Wurf. Okay. Ich übernehme die Tür. Gehe durch. Oh. Oh oh. Oh, da ist auch noch was. Kaputt. Aha. Warum haben die überhaupt so viele Uhren und Schaltplatten-Dinge? Ja. Ey Leute, ihr seid mir alle im Weg. Momentan, alles ein bisschen ruhig und lahm. Arschig. Hopp! Navigiere! Boah! Ich bin neugierig, wie deine Eingeweide aussehen. Terminier! Hey, Schlagstockbord! Bleib mal locker. Dieses Ende war unvermeidlich. Verdammt, ich versuche immer einmal zu schießen und trifft dann noch zwei. Das Schlüsselfragment sollte in dieser Sicherheitszelle sein. Pass auf meinen Arsch auf, während ich die Türsteuerung navigiere. Ich hatte viel freie Zeit seit unserer Bruchlandung bei Lex. Wusstest du, dass die Jabba hier eine eigene Sprache nur für die Fahrung haben? Die sind echt romantisch. Ja, ja, ich war nie gut in sowas. Reibst ja nicht unter die Nase. Willst du was davon hören? Es ist wirklich schön. Was? 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 Einfach drauf! Ich kann auch mal wieder Granaten verwenden. Was hab ich eigentlich für Granaten? Was? 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 Wer ist der Chopper? Oh mein Gott! Warte mal, der hat... Warte mal, hat der eigentlich eine Rüstung? Oh oh! Ist ja blöd gelaufen, mein Freund! Oh, noch einer! Alter! Furzener Chopper! Wow! Zersprengender Chopper! Ich glaube, das sind alle paarungswillig, kann das sein! Das war echt unangenehm! Komm zurück! Ich hab die Zelle fast offen! Ich bin doch schon da! Oh Gott, geht die Alte mir auf den Sack, ey! Hä? Oh! 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 Idiot! Oh! Oh! Und viel Spaß! Bäm! also aber es gibt noch einen im shuttle hangar ich könnte hier auch alleine besiegen aber ok es wird ein bisschen die musik was ist denn das? ne knarre? da oben auch irgendwie noch? scheinbar nicht Mensch Genevieve, nimm die trennung nicht so hart ey oh hab ich auch nie behauptet, dass ich eine will das wäre ja stimmt, ich habe aber die muni erst aufgefüllt das heißt aber meistens ist das jetzt hier boss fight wir sind da, was jetzt? ja obendrauf ist die manuelle steuerung man muss nur drankommen viel spaß beim frau na? wie fühlt sich dann letzter an? was für ne steuerung wo? oh mach ich könnte mal, ich muss mal kurz wechseln oh das ist ne pure ja ja oh yeah aber die muss man auch aufladen, ne? alter was die wegziehen mach mal so kurz die tracker granate na gut na gut ne ohne tracker könnte es runderschießen? hä? was ist jetzt los? nicht so toll gedacht ich gube mir grad voll wie der letzte Depp der wohl einen Granaten werfen kann hä? da muss ich über die Dinger ran ah ok ich muss drüber springen ich dachte ich muss irgendwas runterziehen äh woh runterhauen gut den hält nicht oh das gibt jetzt so viele Hützige h 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 an den Kopf. Ähm, setz mich einfach irgendwo hin. Ich bin drin. Wie sehe ich aus? Vorne haben es da. Ich versuche nicht auf deinen Klüschländen-Shops zu glatzen. Zu spät. Ja, ja, ist schon klar. Ich sehe ein bisschen seltsam aus. Aber sieh dir diese Waffensysteme an. Cool. Ein paar Rats. Endlich kann ich mich austoben. Der tötet sie. Werde wütend, mein Junge. Ich meine, jetzt können wir es noch versuchen. Werde es? Werde es? Oh, oh. Hat er den gerade mit einem Schleif gekillt, oder? Also, wie schalte ich diese Schwebendüsen ein? Okay, was ist... Was? Nein, 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 nein. Ah, 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 ah. Ich nehme an, das war nicht Teil des Plans. Ja, wieso gehst du nicht schon rüber zur Brücke? Die Tür müsste offen sein. Ich versuche derweil aufzuhören, mild durch die Luft zu wirbeln. Dann haben wir beide was zu tun. Teamwork. Ja. Tippisch Bayless. Liegt immer wie Bild auf alle Treue, aber dann kleinsten Problemen richtet es. Oh. Cool. Monty bekommt ein neues Spielzeug. Verfluchtes Handbuch. Warum können die sowas nicht einfach kursiv drucken? Es ist barbarisch, was sie den Schriftarten heutzutage antun. Da werden Serifen abgeschnitten wie Köpfe von Verbrechern. Du scheinst Schwierigkeiten mit meiner Installation zu haben. Brauchst du Hilfe? Zum Teufel, was soll der Scheiß? Jetzt spricht sie auch noch? Es gibt genug kalte, lieblose Menschen in meinem Leben. Vielen Dank. Das lässt sich ändern. Ich verfüge über mehr als 200 verschiedene Persönlichkeitsprofile. Ist das besser, Schätzchen? Also, ich... Aber ja, das ist es. Ähm... Sagt nur Maggie nichts davon, okay, Schätzchen? Alles klar. Ist die Kohle eigentlich ja? Ah, dolla. Da hoch. Ah, das schaut noch Bossfighter aus. Bossfighter. Was ist das? Mehr Schadenradius ist aber kleiner. Ja. Machen wir, was hat man eigentlich alles für Zeug dabei? Sehr gut, nicht viel. Das da, das gehört Freischaden. Hallo? So. Und, ab geht's also. Oh, Kammerjäger, ich bin nicht überrascht, dass Belex nicht dabei ist. Komm rein. Belex, ich bin auf der Brücke. Verstanden? Schweig einmal für ja und zweimal für nein. Warte mal kurz. Ja. Kammerjäger, ich bin fast da. Nur noch ein letztes Problem. Du bist nicht zum Problemlösen gemacht, Belex. Das ist mein Job. Du bist nur mein Chauffeur. Tja, ich löse gerade den Antikollisionsschutz. Genauer gesagt, ich löse ihn auf. Ja, ja, warte mal kurz. Was habe ich denn noch? Ich habe noch die für Schildschaden. Und mein Tier hat, glaube ich, beides gehabt, ne? 151 das und 151 das. Die lassen wir mal weg. Navigiert, Baby. Ja, gehen wir's an. Na, wo war das? Orbital-Affonisierung. Alter, hör mal auf zu nerven, Genevi. Oh, Mann, mein Mack. Mach sie, Plattkammerjäger. Oh. Oh, shit. Wie fühlt sich dein letzter Atemzug an? Äh, wo zur Hölle ist die? Ich seh nichts mehr. Hier ist zu viel Zeug. Ich habe kein Blut. Also nehme ich deins. Äh. Oh, was ist denn das? Geon, Ion. Alter. Scheiße. Nicht da rein, ich komme da rein. Oh Gott. Oh, ich bin so im Arsch. Äh, schneller. Was machen die Dinger eigentlich? Jetzt ist die Kom- Oh. Mach gut, Genevi. Du warst eben fest. Und ich habe dich geahnt. Oh. Schön alles einsammeln. Nochmal. Das ist das Kammerschlüsselfragment. Ja, blau Waffe. Oh. Oh, die schaut lustig aus. Hm. Jetzt hebt mich hoch. Du hast das erste Fragment des Kammerschlüssels von Eden 6 erlangt. Bring es an Bord, der Sanctuary. Ich seh jetzt komplett im Arsch. Scheinbar. Oh, dahinten geht's weiter. Da komme ich zu dem blöden Ding. Nein, da war doch irgendwas. Ja. Oh, was ist das? Ach komm, war doch immer ein verdammter Rocket Launcher. Das ist doch scheiße. Ja, gut. Sanctuary.